TV-Aufnahme im Fitnessstudio. Duschen mit dem Präsidenten? 100 mal 5 Kilo mit beiden Armen jeden Morgen. Das macht mir nicht jeder nach. An den Präsidenten denken viele, an seinen Doppelgänger niemand. Und im Falle eines Falles möchte ich mit dem richtigen Präsidenten die nötigen Entscheidungen treffen. Woher kommt dieses plötzliche Interesse an den Reporter? Das Parlament hat heute Morgen mir als Präsident eine entsprechende Vollmacht erteilt. Ich soll dabei sein! Was? Du hast richtig gehabt, die Volllegung. Ich bin auf den direkten Weg dazu, als Doppelgänger abzutreten. Und da gesagt, dass ich Ihnen die offiziellen Warte verbreiten würde. Untertauchen? Ist das denn ernst? Was hat dein Juni schnellst und eigentlich das Gefühl? Ich verlange von Ihnen umgehend eine Erklärung oder eine Entschuldigung. Halt! Stillgreifen! Meinungsdifferenzen auslösen. Daher nicht meine Chance. Mit der Presse im Sack sind wir da in der besten Gesellschaft. Dann habe ich endlich wieder Zeit für die wesentlichen Dinge. Kein Untertitelung des ZDF, 2020